Hallo Leute, in diesem ganz kurzen Tutorial zeige ich euch, wie ihr das Kameraformat der Kamera einstellen und ändern könnt. Wir haben hier eine Szene aus dem Dons Film, die ich also schon mal auch verwendet habe, um einen Kamerashake zu erklären. Und die Einstellung für die Kamera können wir ganz einfach hier vornehmen, und zwar in den Output Properties, weil das ist ja das, was wir exportieren möchten am Ende. Hier habe ich eine Einstellung von 1920x752 Pixel. Die Einstellungen, die man kennt, sind 1920x1080, und wenn wir hier das einstellen, das ist 16 zu 9, haben wir also ein Fenster im 16 zu 9 Format und auch mit der Auflösung von diesen Pixeln. Wir können natürlich auch noch 1440 einstellen, dann hätten wir hier 4 zu 3 oder eben 2.21 und 2.21 wäre 2376 zum Beispiel auf 1080. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, Rechnungen vornehmen. Ihr könnt überall im Blender übrigens Rechnungen vornehmen, und zwar mit diesen Rechnungszeichen. Wenn ihr zum Beispiel die Auflösung für einen Preview-Render halbieren möchtet, drückt ihr einfach mal durch 2 und hier durch 2. Und dann habt ihr 960x540 mit dem Format 16 zu 9. 1 zu 1 natürlich ist 1080x1080 oder 1920x1920. Und ihr könnt auch noch andere Formate einstellen. Im Übrigen auch diesen Slider benutzen, um auch Formate einzustellen, die euch vielleicht besser gefallen. Ich lasse es jetzt mal bei 1080p, so ist übrigens auch der Fachbegriff. Und 4k könnt ihr im Grunde erzeugen, indem ihr hier mal 2 eingibt. Oder es gibt auch 1280x720. Ihr könntet auch hier mal 3 eingeben, um das Gleiche zu erzielen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video etwas helfen, die Formaleinstellungen der Kameranblender anzupassen. Macht es gut und bis zum nächsten Tutorial.